Moin! So, da komme ich gerade nach Hause, bin keine fünf Minuten da und schon klingelt der Paket Fritze. Und das möchte ich jetzt mit euch mal zusammen auspacken, was das schönes ist. Stilecht geöffnet mit meinem Wiki-Messer, weil ich weiß ja schon was drin ist. So, kommen wir mal rein, die Rechnung, zeigen, was gefällt hier, so, kommen wir rein. Was haben wir denn da? Ich glaube, ihr seht es schon, ne? Wirklich sehr gut verpackt. Schauen wir es mal aus. Okay. Okay. O, gut ehrlich, ne? Eine handgeschmiedete germanische Frame. Angeschliffen, also nicht scharf, aber angeschliffen, damit kann man was anfangen. Geiles Teil. So, die werde ich jetzt mal aufstiehlen. Da hinten ist übrigens Emily. Die werde ich jetzt mal aufstiehlen. Und dann melde ich mich mal nochmal. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und fertig aufgestiehlt. Das will ich euch jetzt mal zeigen. Da sind wir jetzt in voller Größe. Ca. Ca. So. 1,80. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich jetzt hier noch nicht. Dann steig mal meine Frau aufs Dach. Ein schönes kleines Teil. Schön führig. So. Das war's von mir auf meinem neuen Spielzeug. Dann wünsche ich euch mal noch eine schöne Woche. Ich habe wohl gelaufen. Und. Tschüss. Das war's von mir. Tschüss. Dann wünsche ich euch mal aufs Dach. Ich werde mich mal aufs Dach. 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 Vielen Dank.